Das ist eines meiner Gedichte, das die Mary tief beeindruckt hat. Wenn Sie schauen, am 5. Mai habe ich es geschrieben und ihr geschickt. Und am 6. Mai war die russische Übersetzung da. Und am 7. Mai die ukrainische ist. Illustriert ist es mit einem Urlaubsfoto, das die Mary gemacht hat. Sie ist ja sehr polyglot, sie spricht auch Griechisch. Und sie ist in früheren Zeiten immer sehr gerne nach Griechen hört. Und auf Urlaub gefahren. Was von uns bleibt? Wozu wir Menschen auf der Erde wandeln? Es heißt, der Sinn des Lebens sei das Glück. Ob gut, ob böse wir im Leben handeln, das was wir tun, fällt stets auf uns zurück. Das Glück blüht dann, wenn wir den Vorsatz fassen, Frieden zu schaffen, da, wo Zwietracht ist. Nur davon, welche Spur wir hinterlassen, hängt ab. Ob nach dem Tod man es vergisst. Das Tor zur Ewigkeit steht uns nicht offen. Ewig zu leben, fehlt uns die Arznei. Wir sind zwar sterblich, doch wir dürfen hoffen, auch jeder schritt in den Neuverdälen. Ich gebe hier schon gerne auf! Danke. Schütt, das war das Ding. Schütt, gut? Ich gebe hier, ich glaube das Ding. Sehr gut, aber danke. Das Ding, ich gebe dir, ich gebe dir dir. Danke schön! Danke schön! Gähne! Das Ding, das Ding, ich gebe dir! Vielen Dank.